Jo Leute, heute ein neues Video wieder. Heute geht es um Energydrinks. Einmal von Aldi, einmal vom Lidl. Ja, heute geht es um den Vergleich, welches sich nun besser schmeckt von beiden. Erstmal das vom Lidl zeige ich erstmal. Das heißt Colossus Energydrinks Zero Kalorien ohne Zucker. Das ist ganz neu jetzt. Das ist ganz lecker. Ohne Zucker wie gesagt. Das ist ohne Kalorien. Sehr, sehr lecker. Kostet 49 Cent bei Lidl. So, kann man besser mal sehen. Das war jetzt genau. Ist ohne Zucker. Für Diabetik geeignet halt eben auch. Sehr lecker. Schwedler Zitrone. Ist eigentlich Ginseng und Gujarana. Also was ganz leckeres. Und es ist Koffein. Ist mit dran. Schmeckt sehr gut. Kann man gut trinken. Ist eine leckere Sache. Kostet 49 Cent bei Aldi. Ähm. Bei Lidl. 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 Bei Lidl kostet 49 Cent. Ja, gibt es jetzt eine längere Zeit zu kaufen dort. Kann man gut trinken. Schmeckt richtig lecker. So und jetzt nun das zweite vom Aldi hier. Das ist das berühmte. Na, strong force nennt sich das. Ist auch ohne Zucker. Schmeckt ziemlich nach Koffein und nach Taurin. Ist auch ohne Zucker. Kann man auch sehr lecker trinken. Macht das ziemlich munter. Auch mit Pfand. Wenn die andere Flasche hier zu sehen ist. Hier ist Pfandzeichen. 25 Cent Pfand sind das jeweils. Beide Dosen. Ja. Schmeckt sehr lecker. Auch das ist ja lecker. Auch schmeckt sehr stark nach Taurin halt eben. Das andere nicht nur nach Taurin. Sprich, schmeckt das andere von Lidl. Es gibt auch die, das ist eine neue Sorte. Und zwar Apfelpflaume oder Zimtpflaume. Heißt Flau mit Zimt. So was. Flau mit Zimt. Gibt es eine andere Dosen. Kost. 33 Cent. Auch sehr lecker. Aber noch nicht getrunken. Vielleicht auch lecker sein. Aber wie gesagt. Das haben wir nicht getrunken schon nächste Woche. Mal holen. Nächste Woche mal wieder. Ist auch ohne Zucker zu sehen. Hier eben nur Kalorien. Nur Kohlenhydrate. Zucker und so weiter. Auch sehr lecker. Das hier vom Aldi. Das ist auch 49 Cent. Das sind die Bildvariante von diesen anderen teuren. Wie zum Beispiel von Monster und so weiter. Und diese anderen. Kann man sehr gut trinken. Ja. Also das kann man kaufen und trinken. Sehr lecker wie gesagt. Kann ich euch empfehlen. Also bis zum nächsten Mal. Zum neuen Video dann. Und bitte Glock aktivieren. Kanal aktivieren. Und Daumen nach oben. Dass ihr keine Videos verpasst. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.